Im Walde Es zog eine Hochzeit den Berg entlang, Ich hörte die Vögel schlagen, Da blitzten viel Reiter, das Waldhorn klang, Das war ein lustiges Jagen. Und ehe ich's gedacht, war alles verhallt, Die Nacht bedecket die Runde, Nur von den Bergen noch rauschet der Wald, Und mich schauert im Herzensgrunde. Es zog eine Hochzeit den Berg entlang, Laut Überschrift befinden wir uns im Walde, Wobei ein Hochzeitszug normalerweise Auf dem Weg von der Kirche zur Feier ist. Man soll von möglichst vielen Menschen gesehen werden, Wenn das nicht durchs Dorf, Sondern offenbar einen bewaldeten Berg entlang geht, Ist das schon ein eigenartiges Bild. Ich hörte die Vögel schlagen Beim ersten Lesen fällt auch hier nicht direkt auf, Daß da wieder etwas nicht stimmt. Wenn ein Hochzeitszug durch den Wald geht, Hört man die Vögel entweder gar nicht schlagen, Der Hochzeitszug wird dafür zu laut sein, Man hört sie vielleicht trotz des Zuges schlagen, Oder der Sprecher hört sie deswegen, Weil er selbst den Hochzeitszug Nur aus entsprechender Entfernung sehen kann. Da blitzten viel Reiter, Daß Waldhorn klang. Es wird immer unwirklicher, Ein solcher Hochzeitszug muß aus einem Fantasiemittelalter stammen, Blitzende Reiter müßten wertvolle Metalle In Form von Waffen oder Rüstungen an sich haben, Und überhaupt, Reiten ist ein altes Adelsvergnügen, Zum Wald passt es aber kaum zu dieser Hochzeit. Das war ein lustiges Jagen. Auch Jagen war ein altes Adelsvorrecht, Aber ein Jagen, ob im Sinne einer Jagd auf Wild oder ob im Sinne eines schnellen Dahinstürmens, Ist hier auch vollkommen unpassend zu einer Hochzeit. Wir bleiben, je länger wir darüber nachdenken, Desto ratloser, was das für eine Hochzeit sein soll. »Und ehe ich's gedacht, war alles verhallt, Die Nacht bedecket die Runde.« Das »ehe ich's gedacht« darf man vielleicht Einfach redensartlich verstehen, Etwa im Sinne von »ehe ich mir dachte, Was das für ein lustiges Jagen ist.« Das ganze sichtbare und hörbare Getümmel Ist also wieder verschwunden, Und mit ihm bereits der Tag. Nur von den Bergen noch rauschet der Wald, Und mich schauert im Herzensgrunde. Ob der Sprecher nun wirklich einen solchen Hochzeitszug sah, Oder das ganze nur eine Vision sein soll, Spielt keine große Rolle. Sinn dieser erzählerisch Eigentlich vollkommen unstimmigen Situation ist, Daß wir erleben, Wie leer und einsam es im nächtlichen Wald sein kann, Wobei auch schon zu Eichendorfszeiten Der Wald längst nicht mehr so geheimnisvoll war, Wie er in seinen Gedichten und Erzählungen gerne tut. Es geht nicht um den Hochzeitszug selber. Er bildet nur den Kontrast zu dem, Was uns wirklich im Walde erschüttern soll. Ein Gefühl von Leere und Einsamkeit Von Bedeutungslosigkeit gegenüber der Natur. Es bleibt natürlich jedem frei, Das allegorisch als Kontrast zwischen Tod und Leben, Zwischen Geselligkeit und Einsamkeit, Oder was auch immer auszudeuten. Aber das ist sicher nicht, was dieses Gedicht ausmacht. Wir sollen erschauern. Und der Schauer ist umso wirkungsvoller, Je weniger wir wissen, was uns eigentlich erschauern lässt. Und weil alles so unbestimmt und unwirklich ist, Kann in der Vertonung durch Robert Schumann die Musik so tun, Als wüßte sie mehr. Wüßt jetzt auch nicht!" Und ich passe hier. Jetzt geht das. Untertitelung des ZDF, 2020